Hallo und herzlich willkommen bei brisant. Fürstliches Fest. Gekrönte Häupter feiern das Ende des 30-jährigen Krieges. Endlich schwanger, wie eine Wünschelrute den Babywunsch wahr werden ließ. Zu Tisch bitte, ein britischer Insektenforscher als leidenschaftlicher Hobbykoch. Schönen guten Abend. Gefährliche Schokoriegel, geistig verwirrte Frau verhaftet. Falscher Arzt, Patient starb nach Behandlung durch Hochstapler. Fettes Geschenk, gewichtiges Tripperin für den Chef. Guten Tag und herzlich willkommen bei brisant. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit brisant. Und hier ist brisant am Samstag. Ein herzliches Willkommen von uns. Und dann nehmen wir den Ball gern auf. Herzlich willkommen, danke an die Nachrichten. Willkommen zu brisant an diesem wiederholt so sehr warmen Tag. Und es war wieder viel los. Also auch wir haben viel für Sie zu berichten heute und starten jetzt gleich. Herzlich willkommen heute am Freitag zu brisant. Dass wir tatsächlich mal in eine Situation wie diese kommen. Und dann haben wir den Ball gern auf. Und dann können wir noch zurück. Und dann gehen wir dann mal zum Beispiel rein. Und dann gehen wir mal in ein Moment. Und dann gehen Sie mal in einen Teil. Vielen Dank.